Ja, auf 11, halb 11, 300 Meter, ich kann leider nicht magi- Ach nee, fuck, ja dort, nee, 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 weiter rechts, wo du grad hinfährst. Das ist schon lange nicht mal halb 11. Nein, nein, dort wo die Smokes auch grad explodieren, da rechts steht ein Lodging. Auf jetzt, kurz, halb 1, halb 1. Genau 12, genau 12, mach recht. Geht auch. Und da vorne kommt noch was. Und in die Richtung ist der Stuart aber gefahren. Ja, genau vor uns. Wenn du anhalst, mach ich den weg. Nein. Ja, vor uns, 12. Da seh ich nix. Ja, du musst wegschießen. Fahr mal auf der Straße und jetzt hier direkt hinter dem Baum bist der. Das ist Nummer 10. Nein, du musst ihn treffen. Anhalst ihn, überredet, aber... Ich komm so nicht ran, das weißt du, ne? Nein, schaffst du schon. Du musst nur dran glauben. Loll, in der Tatte denkt sich grad auch, was los ist. Ja, reparieren fahren. Ja, ich bin doch dabei. Ne, fahr mal schneller jetzt. Geht nicht mehr, die haben gesprengt, die Wurtscher. Kannst du mal verleben. Wir haben alle drei Schaufeln, das macht dann nix. Ja klar, lass mit nem Feindesland schaufeln. Loll. Steig aus, mach dein Ding. Und jetzt musst du wirklich mal lernen, den Stabilisator einzuschalten in dem Spiel, ne? Ja, genau. Ja, was denn? Stellt mich nicht so an. Ich weiß, er ist wieder so typisch westdeutsches Kind. Fehlt ein bisschen Technik im Panzer, geht gar nix mehr. Links nehmen wir uns MSP auf elf, auf zehn, zehn, zehn. Ja, so, weil du das bei der NVA so gelernt hast. Zehn, 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 halb elf, fällt auf zehn. Sag mal Reichweide, mein Freund. Links, hundert Meter. Boah, das kam von der... Ja, da rechts nehmen wir uns Churchill. Zwei Uhr. Zwei Uhr, Churchill. Quatsch, wie ist mit der Moodbox? Guck mal, da trifft er auch nicht, da hast du einen SV. Du musst anhalten! Nein! Ach, du schießt da durch. Schwester, das war abgeprallt, das hab ich extra so gewinkelt. Er dreht halt schneller als mir. Das war sein Motor. Ja, alles cool. Sehr gut. Alles easy. Sein Turm zeigt Richtung... Ja, geht doch. Warum vertraut ihr mir eigentlich? Ah, Junge, was machen? Warum vertraut ihr mir mir? Goll, Alter. Habt ihr richtig gut gemacht. Links in uns steht das MSP. Links, äh, zehn Uhr. Hundert Meter. Das ist 75. Weiter, 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 elf Uhr. Ich sehe es. Ist vor uns Feind. Und die Rallye. Nee, du musst das MSP zu drücken. Guck mal, direkt vor uns ist ein Rallye. Ich bleib extra mal stehen. Ausnahmsweise. Direkt vor uns, Red. Rechts, auf halb... Ja, da läuft der Insel. Ich dreh dich gleich ein auf den Infanterist. Wo siehst du? Und noch weiter, oben. Ein kleines Ticken, Rest weiter oben. Den sehe ich auch noch. Noch einer, jaja. Da zwischen die Bäume. Und weiter links läuft jetzt noch einer. An der Kugel. Ja, wir müssen wieder weiter. Wir bleiben hier, das sind mit dem Arsch zum Feind stehen. Ja, ja, ich bin schon unterwegs. Vertraut mir doch mal. Schieß weg, schieß weg vor uns. Das zwei, jawoll. Attack, attack, attack. Ja, ich muss einreißen. Nein, Abpraller. Was war denn das? Eine Abpraller? Das war ein Treffer. Ja, Trefferabpraller. Nee, war kein... Ah, nee, es war kein Abpraller. Das klang wiederum ausgefunden. Da steht er. Links, Lodgy. Ah, Junge, Helgrich. Zerstört und hinter uns und rechts sind Infanteristen. Ignore the tank mark. Links neben uns ist ein MSP. Das habe ich gerade aus der Sehen gesetzt. Das ist ja MSP. Und dahinter steht auch der Command-G. Auf der Wendung der Straße. Ist ja schön. Folg mal der Straße hier nach unten. Hallo. Boah, Tri-File. Ist ja schön. Infanterie, 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 ich komme an. Was ist denn, oder? Wo steht er? Warte, ich komme ja nicht drüber. Ich habe er. Muss man anhalten. Der sieht uns. Der sieht uns. Schießt jetzt gleich auf mit unseren sexy Arsch. Ja, ich kann da nichts von die Kackkarte. Alter, die haben doch eh keinen Plan, was die machen. Ja, siehst du, der hat keinen Plan, wo er hinschießen muss. Willst du auf 8 eindrehen? Ja, jetzt kannst du endlich mal. Ich steige aus, ich steige aus. Mach mal die Bremsräume. Oh, genau falsch. Du hast doch gerutscht. Nee, du hast gut eingedreht. Sehen gerade nicht, scheiße. Du hörst ihn aber. Circa 1, circa halb 12. Ich soll, ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Das ist auch noch ein Churchill. Marker bitte. Ich suche ihn, ich suche ihn gerade. Irgendwas fährt auf unserer Elf, laut Geräusch. Und der Sherman war... Ja, ich sehe den Sherman. Dort, 2. Attackmark. Er hat mich rausgeschossen. Das ist auch noch ein Churchill, nicht vergessen. 2 Punkts. Dort wäre der 1. und der andere müsste irgendwo weiter erst von euch sein. Treffer. Treffer. Abpraller. Warte, es rückelt. Jetzt. Churchill verneht. Wenn du jetzt anhältst, kann ich ihn Churchill anschießen. Ich darf nicht stehen bleiben, es tut mir leid. Löffer. Fahr wenigstens langsam, fahr rechts an ihm vorbei. Du musst zu hart einrennen. Ich habe seinen Motor nicht. Verlässert komplett scheiße. Der ist voll schief. Normal. Verrückwärts, das Zelt auch eine Challenge. Ja, ja. Oh, da lebt immer noch. Ist ja gar nicht. Jetzt 4 APCR bekommen. Jawoll. Vernichtet. LOL. Also wenn das Video führt, da grüße ich Sibbel, Candy, Charlie, Blackbeaf und Marble. Und Chris. Chris sollt sich einen Computer kaufen. Chris, du bist voller Wichser, wenn du das guckst. Bauen die da eine Pack auf? Eine Flak wird es mich verarschen. Ja, na, achte. Ja, die wird auf jeden Fall gut. Das wäre so geil. Aber hier sind wir wieder orange. Scheiße. Deckmark, rennt einer. Keine Sorge, ich fahre ihn hinterher. Der entkommt. Sehr schön. Da ist noch 12 Uhr, ein MSP oder sowas. Ja, 12 Uhr, ich kann durchsehen. Ist ein MSP. Nein. 30 Sekunden hast du noch gar nicht gerade zu fließen. Nein. Ich kann auch nicht anhalten. Das muss im Fernsehen geschehen. Genau. Sehr schön. Das war eine crazy Runde. Das war eine Fahrzeuge.